Hallo zusammen, neues Video für euch und heute schauen wir uns mal wieder die Photoshop KI an. Was ist daran neu? Ich habe es in einem anderen Video schon mal erwähnt, was eine Möglichkeit ist. Ihr kennt es natürlich aus dem Thumbnail. Wir wollen uns heute mal anschauen, wie wir mit der Photoshop KI unendlich viele Hintergründe generieren können. Und zwar Hintergründe, die genau dem entsprechen, was wir wollen. Nehme ich Beispiel, wir haben irgendwo ein Bild gesehen, wo uns der Hintergrund alles gefallen hat und wir wollen ein ähnliches Bild. Wir wissen aber nicht, wo das war und haben vielleicht auch nicht immer die Möglichkeit, vielleicht in irgendeinen 50. Stock in Dubai zu fliegen. Wie kriegen wir das dann trotzdem hin? Und wie wir da diesen Hintergrund genauso hinbekommen, das zeige ich euch heute in Photoshop. So, hier sind wir jetzt in Photoshop, beziehungsweise genauer, wir sind in der Photoshop Beta. Das Ganze ist im Juli 2024 aufgenommen, je nachdem wann ihr das Video seht, beziehungsweise wann ich es überhaupt erst hochlade. Kann das sein, dass die Funktionalität auch schon in der normalen Version von Photoshop enthalten ist, stand heute nur in der Beta. So, das ist das Stock Image, an dem wir uns versuchen wollen. Wir sagen einfach mal das Szenario, diese Location mit diesen riesen Fenstern und der Aussicht, das gefällt uns. Und das wollen wir haben. So, wir wollen es aber nicht eins zu eins kopieren, denn dann bräuchte man die Photoshop-KI nicht. Das Erste, was wir aber auf jeden Fall machen wollen, ist dieses Motiv hier rauszuholen, denn wir wollen ja diesen Hintergrund und nicht dieses Bild komplett. Also, wir nehmen uns irgendein Auswahlwerkzeug, in dem Fall habe ich jetzt hier das Schlellauswahlwerkzeug, sage Motiv auswählen. Und jetzt wollen wir sicher gehen, dass wir das Motiv auch komplett entfernen oder möglichst genau. Genau, und da sehen wir, dass das ja jetzt hier so an den Rändern noch nicht 100% ist. Also gehen wir einfach mal unter Auswahl, Auswahl verändern, erweitern. So, und das hängt, welchen Wert ihr jetzt hier eingibt, das hängt ein bisschen von eurer Bildgröße ab, von eurem Motiv ab. Ja, 30 Pixel sollte jetzt hier größtenteils funktionieren, ja, hier oben sind noch so ein paar Haare. Das stört jetzt nicht, Kai Hündemann aber dann auch einfach hier noch so mitmachen. So, dann hätten wir das Ganze und dann sagen wir einfach mal generatives Füllen. Dadurch soll mir Photoshop das Ganze jetzt entfernen. Also diese Person soll jetzt entfernt werden. In meinen Tests ist das auch mal passiert, dass die Photoshop-KI mir dann eine ganz andere Person hingemacht hat. Das ist ja nicht das, was wir erreichen wollen, wir wollen ja die Person raushaben. Wenn es also bei euch auch vorkommt, dass dann irgendeine andere Person drin ist, dann gebt einfach in den Prompt ein, Person entfernen, Remove Person oder so, damit ihr Photoshop einfach diese Angabe macht, hier, die Person soll raus und nicht irgendeine andere rein. So, Photoshop hat mir hier die Person entfernt, wunderbar, hat drei Ergebnisse geliefert. Da könnte man jetzt gucken, welches noch das schönste ist. Ähm, ich finde das hier ganz schön, wegen dem Licht noch und alles. Aber darum geht es gar nicht. Es geht gar nicht um die kleinen Details, denn das ist ja nicht der Hintergrund, den wir wollen. Oder den wir nutzen wollen. Also, wir exportieren uns das Ganze einmal als JPEG, höchste Qualität, in meinen Ordner. Und ich habe das sogar, seht ihr ja, ich habe das schon mal getestet, können wir direkt ersetzen. So, jetzt habe ich dieses Bild gespeichert. Und jetzt kann ich sagen, okay, in das Bild, in dem ich arbeiten will, bei mir jetzt hier ist mal ein leeres Bild, da möchte ich jetzt einen solchen Hintergrund reinhaben. So, und da gehe ich hier unten auf diese neue Schaltfläche, Bild generieren. So, und da kann ich sagen, was war das Ganze? Ähm, das war ein Büro mit großen Fenstern. Geht nur um eine High-Level-Beschreibung. Das Ganze soll fotorealistisch sein und ich nutze jetzt das Referenzbild. Und da wähle ich das Referenzbild aus. Und zwar ist es dieses hier, was ich ja eben gespeichert habe. Sehen wir jetzt hier oben und dann drücke ich auf generieren. Und jetzt wird mir Photoshop drei Versionen davon generieren oder drei neue Bilder generieren, die diesem Referenzbild ähnlich sind. Und da schauen wir mal rein, was da jetzt rauskommt. So, und da sehen wir hier, das ist ziemlich identisch. So, ähm, hier war, hier ist eine Sonne, ähm, das Ganze, der Rest vom Bild ist eher so bläulich. Ähm, sieht aus wie ein Sonnenaufgang oder Untergang. Ähm, das haben wir hier auch. Auch hier große Fenster, unterschiedlichste Versionen. Da könnte man sagen, okay, wenn mir jetzt eins gefällt, dann kann ich das nutzen. Wenn mir keins gefällt, könnte ich den natürlich nochmal neu generieren. Ähm, aber damit habe ich sofort ein Bild, welches ich nutzen kann, weil ich keine Urheberrechte oder somit ich jetzt hiermit, ähm, verletze. Wir lassen mal außen vor, dass ich natürlich durch die Bearbeitung jetzt hier drin, theoretisch das Urheberrecht natürlich berühre, aber das war jetzt in jedem Fall das Stock-Image. Von daher gesehen geht das. Also wenn ihr natürlich Stock-Images habt, ist das wunderbar. Dann habt ihr trotzdem keine 1 zu 1 Kopie, sondern habt eigene Bilder, die diesem entsprechen können. und könnt natürlich noch weitere generieren lassen. So, wofür ist das Ganze jetzt gut? Bisher haben wir jetzt nur, basierend auf einem Referenzbild, ein anderes Bild generiert. So, aber ich habe ja gesagt, man kann damit auch ganz viel machen. Wunderbar geeignet zum Beispiel für Composing. Wir schauen uns das nochmal bei einem anderen Beispiel an. Und da habe ich zum Beispiel hier dieses Büro-Bild. Oh, und auch hier würde ich das ganz genau so machen. Ich würde diese Person jetzt rausretuschieren und alles. Ähm, da kann ich auch sagen, da habe ich schon ein Bild generiert. So, das würde dann, sieht dann so aus. Also, ich habe praktisch die Person einmal raus gerendert mit der Photoshop-KI. Und das möchte ich jetzt wieder nutzen. Also sagen wir jetzt einfach mal, das hier schmeißen wir weg. Ich sage wieder Referenzbild, ähm, das Ganze war wieder ein Büro-Gebäude oder Büro, reicht schon. Fotorealistisch, Referenzbild, Bild auswählen, das was ich euch eben gezeigt habe. Und auch hier klicke ich jetzt auf generieren. So, Photoshop wird jetzt das gleiche Spielchen machen wie eben. Photoshop wird mir drei Bilder generieren. Und damit zeige ich euch dann, wofür das zum Beispiel nützlich sein könnte. So, jetzt haben wir hier drei Bilder generiert. So, alle wieder in diesem gleichen Stil. Also mit, ähm, sehr, sehr monochromatisch, sehr, sehr hell das Ganze. Immer mit so einem gelben Accessoire. Hier ein Sessel, hier ein Stuhl und ein Sessel und so weiter. So, und wenn ich jetzt sage, ich möchte das für eine Retouche nutzen, dann sage ich jetzt einfach, okay, ich ziehe mir jetzt hier, ja, da, 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 diese Person rein. Wir machen daraus erstmal ein Smartobjekt, damit ich es jetzt hier so anpassen kann. Stell diese hier rein, sage hier bei diesem Bild natürlich dann auch noch, weil die Person nicht freigestellt ist, Motiv auswählen. Das auch jetzt mache ich es nicht genau. Maske drauf und fertig ist das Ganze. Und jetzt könnte ich natürlich noch sagen, okay, ja, sollte eher so stehen. Ist noch nicht 100%, aber ruckzuck habe ich mit einem Bild, was ich vorher hatte, wie gesagt, das war dann hier dieses Bürobild mit diesen zwei Damen, habe ich ein anderes, ähnlich aussehendes Büro generiert, welches ich für Composings nutzen kann. Und durch diese Generierung auch urheberrechtsfrei kann ich also wunderbar natürlich nutzen für Auftragsarbeiten, wenn ich irgendeinen Flyer machen soll, für, wenn ich Bewerbungsbilder für irgendjemanden machen soll und das soll nicht vorbeis im Hintergrund sein. Dann kann ich diese Person jetzt auch in ein Büro stellen. Einfach, indem ich gesehen habe, wie ein Büro aussehen kann bei verschiedenen Stockimages und da sage, okay, dieses Büro gefällt mir, das nutze ich jetzt für meine Aufträge. Also sehr, sehr mächtige Variante oder sehr, sehr mächtige Möglichkeiten, die mir die Photoshop-KI jetzt in diesem Fall bietet. Gerade weil Adobe ja auch sagt, die generierten Bilder sind urheberrechtsfrei. Alles, was Adobe trainiert hat, ist mit ihren eigenen Lizenzen gemacht worden. Also geht es jetzt nur noch um das Referenzbild, dass ihr da eins nutzt, was ihr auch nutzen dürft. Sprich, in der Regel Stockimages, die unter so einer freien Nutzung stehen. Lasst mich mal wissen, wie ihr diesen Anwendungsfall der Photoshop-KI findet. Denkt ihr, das ist, hat der Traum sich jetzt einfach nur ausgedacht oder ist da wirklich ein sinnvoller Anwendungsbereich? Lasst mich mal unten in den Kommentaren lesen. Würde mich mal interessieren, wie ihr dazu steht. Ich persönlich finde es sehr, sehr gut, sehr, sehr schöne Möglichkeiten und ich bin eben nicht mehr wie früher darauf fixiert, einen bestimmten Hintergrund immer zu haben. Nein, mir reicht jetzt ein Hintergrund, den ich als Referenz nehme und dann lasse ich mir einfach den passenden, den ich gerade haben will, generieren. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und Zuhören. Lasst noch ein Abo da, abonniert noch, lasst ein Abo da und abonniert den Kanal. Nein, passt nicht zusammen. Lasst einen Aumen nach oben da und abonniert noch den Kanal und ich würde sagen, wir hören und sehen uns im nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.